Hallo und wie immer schön, dass ihr mit dabei seid. Wir befinden uns in ruhiger Siedlungslage von Bad Bentheim und präsentieren euch hier dieses wunderschöne Einfamilienhaus. Und das schauen wir uns jetzt einmal von innen an. Wir gehen mal direkt durch die Haustür ins Haus. Sehr warm heute, von daher ist es auch drin ein bisschen schöner. Auf der rechten Seite haben wir zunächst einmal das Gäste-WC. Hier vorne rechts gehen wir gleich die Treppe hoch. Dann haben wir hier unter der Treppe einen kleinen Abstellraum auf der rechten Seite. Und wenn wir dann die nächste Tür hier rechts nehmen, gelangen wir dann direkt in die Küche. Die haben wir hier. Und wenn wir dann links rüber schwenken, geht es dann direkt rüber in den Essbereich. Alles ist ja schön offen gestaltet. Und vom Essbereich kommen wir dann auch direkt ins Wohnzimmer. Wir machen dann einfach mal hier auf der rechten Seite weiter, sind dann wieder zurück auf der Diele. Wir haben dann hier vorne den Zugang nach draußen. Hier haben wir links ein großes Schlafzimmer. Und vom Schlafzimmer aus können wir dann auch direkt hier ins Badezimmer gehen. Hier mit bodentiefer Dusche, zwei Waschbecken, DC. Waschmaschinenanschlüsse sind hier auch vorhanden. Wir gehen einmal zurück. Wir gehen dann hier die Treppe rauf. Auf der linken Seite haben wir dann ein weiteres Badezimmer. Auch hier sehr schön hell gestaltet mit Wanne, WC und Waschbecken. Hier haben wir dann ein Büro, welches als Durchgangszimmer dient. Da hinten ist dann noch ein weiterer Raum. Wir gehen hier einfach mal durch. Wir haben dann hier noch den Heizungsraum auf der rechten Seite. Und hier noch ein sehr, sehr großes Schlafzimmer. Das war unser Rundgang hier durchs Haus. Wir gehen jetzt noch kurz in das Haus. So, wenn wir dann hier einmal durch den Flur nach draußen gehen, sind wir dann hier direkt auf der offenen Terrasse und haben dann hier einen wunderbaren Blick in den Garten. Und hier sieht man schon einen freien Blick in die Natur. In diesem Fall Richtung Gilderhaus. Wir haben hier auf der linken Seite noch ein Gartenhaus. Ja, und mit diesem Anblick verabschieden wir uns hier aus Bad Gwentheim. Wir hoffen, dass euch der Rundgang gefallen hat. Wir wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Immobilienteam, der Grafschafter Volksbank.